meinst du nicht nein die händen ich habe alles ja aber da kriegst du die dinger noch schneller ach ich weiß wo es ist ich weiß wo es ist ja ja ich glaube hier drin das bräuchte aber wieder bitte das wollte ich gefahren ist so die porten sehr wenn hier immer das die gehen nach wie gehen irgendwo rein ich weiß nicht genau wo weiß oben kommen nachher die köpfe raus bekommen kopf oben oben in der gold oben in der diamant chest hier musste eigentlich mal wie bekloppt er klicken kann ich ja ich habe gemerkt ey du brauchst dich spawneier nicht benutzen das war noch genug kriegt irgendwie nicht das kannst du ruhig ganz nah rangehen war fiktiv nicht schlecht ach ja muss aber nur das behändigen schwebt mir dann hast du höhere chancen oder das kann ach das gute das kann zurückwerfen naja das sind ruhig die köpfe rein die ganzen sporten einfallen kann ich einfach das bohren lassen naja kannst du auch nur erst mal den fill aufgebaut so hier hose das muss ich jetzt mal diesen weg hier abtragen lassen hier kummer das sind auch nekromantenboot drin neun stück schon ja da habe ich auch schon ich habe da so eine ändernden äh skeletten fahren bei mir ja aber die ist eigentlich voll chillig so auch kein dreck die kannst du auch mit dem anderen schwer da schlagen macht nicht so viel schaden aber man hat schon nicht auch ein kopf ist drin habe ich gemerkt dass die dirt gefehlt hat das ist mir auch scheißegal dirt ist mir so scheißegal ich habe hier mehr als die hälfte aus hier aber ich glaube dass das auch gesehen habe ich glaube dass das auch gesehen gab ja ich habe das jetzt nur testweise gab ja das war jetzt eigentlich nur so man jetzt habe ich normales geld kommt ja ist auch irgendwo hier in der noch ein kopf dauert immer bis weil ich glaube hier sind nur goldpapes sind die drinnen und die muss sein kopf ich glaube da war nur top naja kann vielleicht sein was geht denn in gelb nach in der kopf ist noch drinnen einer habe ich genug warte ich gehst das eigentlich nur dafür gedacht ach ja auch ach genau ich bin jetzt naja aber wie gesagt hier kannst du einfach hingehen und fertig sollen wir kurz schlafen ich bin grad in der hölle auch mal so ein bisschen zeigen so was denn boah auf eis werde ich so schnell mit der k elimist cells ist auch klar gucken ob wieder paar köpfe drin sind nee ne komanden oh geil acht uffzehn stück komand boos ja die hab ich grade weggenommen hm so das auf kampf geht in 3 3 300 leben hat er ja hello vogel ouch und und da war der böse ja ja wo hast du ihn jetzt gespawnt bei mir in der Nähe ist egal ich kenn das ja der macht mir gerade alles kaputt hier ja ist doch klar aber der macht mir keinen Schaden meine Rüstung ist einfach zu gut der ist sowieso voll billig der Wizard auch mit Diamantrüstung ist der voll billig so wie du ne haha egal als K1 oh Junge ey Junge 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 oh Junge Aua oh boah ich hab die von jeden getroffen ja Bögen jetzt macht er Nacken äh wusch sind hier drinnen in den Backpacks achso ja die funktionieren ja wieder ne die Bigpacks oh mein Gott ja die Function schon wieder ouch ich bin gleich tot ja du bist gleich tot ja netherstar was willst du jetzt mit dem netherstar machen kann auch mal guck ich du kannst den noch duplizieren ne boah ja nicht so schnell alter John ich würde den aber voll duplizieren aber das geht doch mit diesem item ich weiß gar nicht ob das item hat ja das funktioniert ich hab's auch das Alkahaster das tome of Alkahast netherstar usage äh das brauche ich das brauche ich und das brauche ich nein man muss was ist denn ein Ellicent Stafftopper weiß ich nicht keine Ahnung musst du gucken ja sollen wir mal einen Enderbogen bauen ne ne nicht lustig nicht lustig ich dachte wegen so nem vollpfosten ey mir hat das keiner gesagt ist auch nicht die Ahnung irgendwie ne na jetzt komm jetzt diskriminier und mobbt den armen Johnny nicht hallo doch nein bitte nicht der arme der soll nicht immer so viel leiden genau nein er weiß auch genau dass ich das nicht ernst meine aber er weiß schon das ist normal es ist einfach so mob ihn bitte nicht er hat vielleicht auch Gefühle wie du und dir und deine Gefühle respektieren dir auch was ist denn ein Porter Spawner ja keine Ahnung nimm einfach nicht was du nicht kennst okay ja ich wollte ich wollte mein Beacon machen achso wie gesagt mach ja da ist ja eine bei mir was zieht denn grad so aber zum Glück geht dadurch nichts kaputt ja sooo was wollen wir denn noch machen ja ich würde sagen wir haben es ist ein Kraft immer Gras wenn ich Gras 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 ja wie gesagt einfach nicht einfach nichts benutzen was du nicht kennst ok bitte ich bitte dich um das ist die einzige Sache worum ich dich bitte ich will jetzt erstmal den Bane of Pig finden viel Spaß No und Also morene Ende ogie aber da bin ich mich auch nicht sicher ob das server das schon mittlerweile aushält hier schonmal aus time ich habe das am Anfang ausprobiert Ah guter Junge وßergott wir loben dich alter was boxt mich alter tut A Ja genau, wo kommen die ganzen, ey Centus du Spassi, hast du grad die Zombies gespawnt? Nein, ich bin bei jedem Spinner. Du Hooligan, hör auf mit dem Mist. Spassi, ich bin bei mir. Ich vertraue dir nicht, das weißt du. Weil ich dir letztens schon mehrmals gekillt hab? Ja. Ich bin aber bei mir. Ich will's für dich hoffen. Boah, ich brauch noch 53 Elektronik-Circuits. Hast kein Yu Yu Meta? Doch, dass ich dir geklaut hab. Wo ist's? Geh bei Johnny klauen. Das waren doch nur zwei Stacks. Johnny hat mehr. Ja, hab ich mir nicht genommen. Ich hab mir grad erst mal 800 Diamanten gemacht. Ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Hast recht. Was für'n Scham, ey. Der hat so viel, nicht ich. Ich bin voll der arme Schlucker. Das bist du immer, das stimmt. Was forcht denn hier rum? das brauche ich eisenpipes wohl vielleicht normaler muss man die ganze rohstoffen ressourcenkiste also nicht das ist bestimmt irgendwo hingeschmissen kannst du dich nicht beherrschen kannst du dich nicht beherrschen ich weiß dass du im kleinen hast aber musst du jetzt hier auch nicht in ausdruck bringen er denkt sich auch ausnahmsweise hat flash auch mal recht richtig ausnahmsweise wie oft habe ich schon recht gehabt ja ja bist du neidisch doch 57 block of diamonds das wird ich auf dich neidisch junge alter geben wir eben acht stück kann man die rezepte gar nicht mehr sehen welche doch draufklicken draufklicken oder draufklicken er zeigt mir immer nur anderen was willst du oder rechtsklick doch glaubt mir mal möchte auch mal was willst du denn machen die geometers rezepte zeigt er dich an kann ich ja im moment hatte hatte doch nein 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 welches heft ist es denn verfickt noch mal sorry da ist es war glas glowstone lehm warum steht das hier nicht bei du bist schlecht weißt du das ja ich glaube wie es funktioniert hä da fuhr ich hab schon gräber ja irgendwas mit vier stück meine ich jeweils in der ecke ja ich hab grad schon dann noch gegoogelt ja